Fuck, so ne Scheiße. Der Job geht mir tierisch auf den Sack. Puh, fuck. Wir buckeln hier neun Stunden pro Tag. Wir sind fünf Tage die Woche in dieser kleinen, dreckigen, mistigen Wichshütte eingekackert und müssen uns wie C3PO gegenüber jeder Pissnelke aufführen. Verstehst du, was ich meine? Wir schleimen hier den ganzen Tag rum und müssen uns von diesem Bonsai-Napoleon anwichsen lassen, der hier die ganze Zeit einen Dicken markiert. Was fällt euch ein, hier sinnlos in der Gegend rumzustehen und zu quatschen? Wenn ihr vorhabt, in dieser Firma weiterzuarbeiten, kneift den Arsch zusammen. Jetzt werden die Hemden gefaltet und dann nichts wie ab damit. Das Gleiche passiert mit den Jeans, sodass das klar ist. Das war meine letzte Warnung. Ich muss das Gewichser ertragen wie alle anderen. Ich muss meine Miete zahlen. Aber wenn ihr mich fragt, der Antichrist ist lange unter uns und den interessiert nur das Geschäft. Das große Geschäft.